Ich überlege gerade, ob ich einen Clickbait-Folgentitel irgendwie einbinden kann in die jetzige Folge. Ich habe halt noch vier Stück. Ich habe einmal die Wahrheit über Punkt, Punkt, Punkt. Dann habe ich bei Punkt 5 ist uns die Kinnlade heruntergefallen. Dann habe ich größte Ankündigung ever. Vielleicht, weil sie ja ihren Tod ankündigt oder so. Und dann, wir bekommen Nachwuchs. Ich glaube, wir bekommen Nachwuchs, kriege ich nicht mehr unter. Mal gucken. Willkommen bei Antenne Höllenschlund. Mit Sandra und Stefan. You're asking my sister to the dance and she's your second choice. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Höllenschlund. Hallo Sandra. Hallo. Gutes Zitat. Hallo liebe Zuhörenden. Sandra, wie geht's dir heute? Ähm, ja, doch. Es ist passabel, muss ich sagen. Und, also, ja, ich habe nicht viel zu erzählen. Okay. Und du so. Ja, mir geht's auch gut. Wir haben ja gerade eben ... Wie langweilig das ist, oder? Wenn wir immer so ... Naja, also, ich könnte ja immer noch ... Ich möchte bitte in den Kommentaren lesen. Sandra, schick Stefan endlich das Paket. Habe ich nämlich immer noch nicht. Das ist unfair. Ja. Das ist in dieser Folge zu sagen. Wer weiß, wie wir aufnehmen, weiß Bescheid, was hier gerade passiert. Also, schreibt's in die Kommentare. Sandra, lass dich nicht so gängeln. Ich freue mich drauf, wenn jemand das dann wirklich mal kommentiert. So, von wegen ... Entweder nimmt die Person deine ... Also, ergreift deine Partei oder meine. Da freue ich mich drauf. Ja. Entschuldigung, jetzt gehe ich kurz. Völlig in Ordnung. Es ist schon spät. Ja. Wir hatten jetzt im Vorgespräch, hatten wir was besprochen, dass wir letzte Folge gar nicht drüber geredet haben. Ich glaube, vor zwei Folgen habe ich mir gewünscht, dass du dir so ein Bingo ausdenkst. Ja. Und ich habe da eine Deadline gesetzt, weil anders funktioniert das nicht mit Sandra. Korrekt. Und sie hat das schon fertig. Schon seit einer Woche oder so. Oder anderthalb. Wir werden das jetzt im Zuge dieser Folge, weil wir es jetzt noch mal ansprechen, weil es mir jetzt eingefallen ist, werden wir es im Zuge dieser Folge veröffentlichen. Ich glaube, am Montag oder am Dienstag ist schon die Grundfassung gekommen. Und das erste Kreuz kann ja im Grunde schon gesetzt werden. Richtig? Ja. Weil ich habe ... Also, ich habe ja mit dir debattiert. Sie will sie ja sagen, debattiert. Ich habe gefragt, ob ich das eine Kreuz hinnehmen darf, weil ich das vorher schon in meiner halbfertigen Fassung hatte, dass alle böse Wichte noch mal auftauchen. Das darf ich kreuzen. Ich habe es aber auch so gesetzt, dass es jetzt nicht genau in der Mitte ist. Also, dass ich schon viele Bingos angefangen habe, sozusagen. Ja. Weil man macht ja die Wichtigsten immer in die Mitte. Und so. Und an den Rand. Und nicht da irgendwo dazwischen. Und das ist jetzt dazwischen. Und dann irgendwo dann so. Und dann links rechts in der Mitte Kombination. Es ist ein 5x5-Bingo. Ja. Also, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, es ist ein 5x5-Bingo, damit man auch Bingo reinschreiben kann. Ja. Und so macht man halt Bingos oder nicht. Also, wenn ich an ein Bingo denke, dann denke ich an 5x5. Und ich freue mich schon auf die Diskussion, wenn ich versuche, Kästchen durchzuboxen und du dann immer sagst, nein, das ergibt keinen Sinn, Sandra. Bitte hör auf damit. Bitte lass mich in Ruhe. Weil zum Beispiel, ich habe es ja gerade vor mir, zum Beispiel war ich knapp dran, dass Dawn, also ein Punkt ist, Dawn darf Absatzschuhe tragen. Sie hat drüber geredet, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Das ärgert mich, weil das hätte ich, also, weil ich hatte überlegt, ob ich nur schreibe, Dawn redet über Absatzschuhe oder so. Aber ja gut, ich habe mich nun dafür entschieden. Scheiße. Hättest du nur hingeschrieben, Dawn, Absatzschuhe, ne? Hätte das schon gegolten. Echt? Das finde ich aber ein bisschen zu allgemein. Ja. Da wäre es ja nett gewesen. Aussagen allgemein halten und schwammig. Und so funktionieren Horoskope. Da ist es mir bewusst. So schwammig wie möglich, dass es auf so viele Menschen wie möglich passt. Ich habe, man sollte vielleicht auch betonen, also, man denkt sich ja nicht nur Sachen aus für das Bingo, sondern man muss sie auch strategisch clever platzieren. Von dem man denkt, dass man es, ne? Ja. Also, mein ganzes Bingo. Also, das wichtigste Feld ist ja eigentlich, dass in der Mitte, so gefühlt, und das, da steht bei mir, Giles ist bis zum Schluss dabei. Ich bin sehr, ich bin sehr optimistisch, dass das passiert. Mein, mein Wille ist ungebrochen. Ja. Und ansonsten, ich finde es schon ganz cool. Also, ihr könnt ja mal Feedback geben, was ihr davon haltet, spoilerfrei natürlich. Und, und ich freue mich drauf, ob ich denn ein Bingo schaffe oder nicht. Also, das war eine coole Idee von dir, Stefan. Okay. Fand ich nice. Genau. Dazu das, ja? Ähm, wenn jetzt, also eins ist ja zum Beispiel, Buffy und Dawn behalten das Haus. Also, wir gehen ja davon aus, dass es dann am Ende der Staffel so ist, ne? Also, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. ähm, wenn die Staffel vorbei ist, dass das, wenn das dann immer noch, ähm, so ist, dann krieg ich das Kreuzchen. So. Ja. Okay. So, jetzt wisst ihr im Detail Bescheid über die Bingo-Regeln. Meine Gedanken dahinter. Und, ja. Das, das erinnert mich an das, äh, das Game of Thrones Bingo, wozu du mich mal, mal überredet hast, äh, wo ich, wo ich klaglos, äh, nee, kläglich versagt habe. Weil ich habe auch, ich hatte, glaube ich, nur ein Bild dahingeschrieben. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Du hast das hingegen, äh, todernst genommen. Ja, definitiv. Ich habe gar nicht immer so wenige Kreuzchen gehabt. Eine Frau muss Bingo spielen. Ich, ich war echt nicht so schlecht, obwohl ja die Handlung so, so, so Hanebüchen teilweise war, ne? Ja. Habe ich doch irgendwie ganz gut Kreuzchen gemacht, aber, ja, Shaki war da auch dabei, um das, äh, auch zu berichten. Die hat ja auch eins gemacht. Wir hatten da sehr viel Spaß dran. Das war, das war wundervoll. Also, kann ich euch nur empfehlen, macht Bingos zu Dingen, die ihr gerne guckt oder so. Mir macht es Spaß. Ich mach das aber mit Freunden, ansonsten ist es irgendwie ein bisschen dumm. Okay. Wobei, Bingos kann man auch alleine spielen. Wenn ich jetzt so drüber nach, ich sollte aufhören, über Bingos zu reden. Los geht's. Reden wir heute über die vierte Folge, der siebten Staffel Buffy im Band der Dämonen. Ja. Die lief in den USA am 15.10.2002 unter dem Titel Help. In Deutschland lief sie am 14.05.2003 unter dem Titel Hilflos. Ist nicht dein Ernst. Jetzt hab ich mich eine Folge mal nicht drüber aufgeregt, jetzt muss ich mich wieder doppelt so sehr aufregen. Was soll das? Warum muss ich denn da jetzt aufregen? Das ist doch super nah dran. Ja, aber, also ... Weil, es passt auch. Es passt auch. Buffy ist hilflos. Cassie ist hilflos. Sie können das nicht abwenden. Aber, also, ist nicht Sinn und Sektor Sache eigentlich, so Titel so sinngemäß wie möglich zu übersetzen und sich nicht ständig irgendwie so ein Special Snowflake-mäßig zu benehmen und das neu zu machen. Special Snowflake-mäßig. Okay, wo kommt das jetzt her? Kennst du nicht? Aber ich fand's nur unpassend. Ähm, so. Aber ... Also, ich fand's nicht so. Auf jeden Fall. Ich verstehe. Ich finde den Titel gut. Also, ich finde den passend. Das will ich nicht ankreiden. Mich regt immer nur auf, dass es ... Das ist nicht korrekt, was ich jetzt sagen will. Das ist eine Lüge. Also, in dem Fall regt's mich auf, kann man das nicht ... Also, warum übersetzen? Das ist so ein einfacher Titel. Warum ... Warum nicht einfach ... Warum ich einfach hilfe? Ja. Wenn das jetzt so ein Sprichwort ist oder so, ist mir klar, dass man das nicht wortwörtlich machen kann. Eher sinngemäß. Oder wenn's gar nicht geht, irgendwie was anderes. Aber ich verstehe immer diese ... Die machen sich das so umständlich. Warum übersetze ich das nicht einfach ... Das werde ich nicht verstehen. Hilfe. Warum muss man sich da selber nochmal was ausdenken? Hilfe. Aber hilflos selber finde ich nicht schlecht, um das noch zu sagen. Stell dir mal vor, das hätte gehiesen, die Wahrsagerin. Oder das zweite Gesicht. Ja, oh Gott, oh Gott. Das nimmt doch schon wieder viel zu viel vorweg. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich reg mich auch wahrscheinlich viel zu sehr um. Die Opferung der Cassie. Weißt du? Richtig toller Titel wäre das gewesen. Ja. Menschenopfer. Ja, genau. Opferlamm. Drehbuch schrieb Rebecca Kirschner. Ja. Regie führte Rick Rosenthal. Ja. Alles bekannte Gesichter, wa? Alles bekannte Gesichter. Rückblick. Willow ist zurück. Verrückt, oder? Die Highschool wurde wieder aufgebaut. Verrückt, oder? Spike hängt mit seiner Seele etwas neben der Spur am Keller der Schule ab. Verrückt, oder? Schneiden wir ins Bestattungshaus. Ja, ich würde gerne vorher anmerken, dass ich das wundervoll finde, dass diese Szene existiert. Dass ich es wundervoll finde, dass diese Szene existiert. Die Vorbereitungen für eine Trauerfeier sind abgeschlossen. Das Personal geht in den Feierabend. Als sie weg sind, kommen unsere Scoobies aus den Särgen geklettert, da sie sich dort über eine halbe Stunde drin versteckt hatten. Und Dawn hat den Kindersarg bekommen, den man von innen nicht öffnen kann. Und das Ganze nur für einen potenziellen Vampir. Und eigentlich sind alle gestresst und hätten gerne weniger Probleme. Willow ist zwar zurück, aber noch nicht wirklich wieder Teil der Gang. Und Buffy sorgt sich um ihren neuen Job. Was, wenn die Kids die falschen Ratschläge bekommen von ihr? Und dass sie Dinge noch schlimmer macht eventuell. So, dann die vorbereitete Leiche erwacht. Und dann ist das auch recht schnell als Vampir und wird prompt gefehlt. Und mit der Frage, warum Dawn den kleinsten Sarg bekommen hat, headbangen wir in die neue Folge. Ich finde, es gibt so viele Dinge an dieser Szene, die lustig sind. Also zum einen ist das erstmal ein schöner Cold Opener, ne? Ja. Also, wundervoll, wundervoll das Prinzip des Cold Openers umgesetzt. Dann finde ich saulustig. Also, ein Kindersarg hat eine Kindersicherung. Lol. Was darfst du denn? Nee, oder sie ist einfach nur zu doof, das Ding aufzumachen. Das hat sie irgendwo verklemmt. Aber der Witz mit der Kindersicherung für einen Kindersarg ist halt schön makaber. Also, das meinte ich da auch damit, dass man diesen Witz macht. So, ist tatsächlich sehr makaber, aber auch schon, ich muss leider lachen. Und auch darüber, dass Dawn so doof ist, diesen Sarg nicht aufzukriegen. Und, dass wieder der Witz gemacht wird, von wegen, sie ist die längste oder die längere von beiden. Und trotzdem muss sie in den kleineren Sarg. Ja. Von ungefähr, finde ich sehr witzig, muss ich sagen. Weil Buffy ist ja wirklich klein. Also, die hätte da viel besser reingepasst, als Dawn mit ihren langen Beinen und langen Armen. Das finde ich witzig. Und dann finde ich es witzig. Oder, ich habe erstmal eine Frage. Waren wir vorher jemals mal bei einem Bestattungsinstitut, abgesehen von den schlimmen Dingen, die wir, also ... Abgesehen von Joyce? Ja. Gab es da schon mal eine Szene, so in dem Stil? Nicht, aber es gab schon Bestattungshausszenen, ja. Und, okay, dann habe ich das völlig ausgeblendet. Weil ich wollte eigentlich sagen, dass ich das sehr witzig finde, dass wir nach sieben Staffeln oder sechs Staffeln und ein paar Folgen jetzt auch mal dann eine Szene haben, weil irgendwie ... Nee, in der ersten Staffel haben wir gleich eine mit diesem ... Ich vergesse den Namen von dem Bücher, warum immer. Der meint jetzt, mit Buffy könnt ihr ganz viel Action erleben. Ihr Date hier, ohne Buffy lebt es sich länger, heißt die Folge. Nee, das war die Puppenfolge. Na, egal, auf jeden Fall. Da sind sie auch im Bestattungshaus eingesperrt. Und da geht es auch darum, ob der Gesalbte dort ist. Und da verkennen sie, dass das kein Kind ist und so. Das war die erste Staffel. Und dann gibt es natürlich noch eine Folge, wo Angel eine Mitschülerin getötet hat, beziehungsweise verwandelt hat. Und Buffy und Xander gehen ins Bestattungshaus, um sie dann zu fehlen, bevor sie wieder aufwacht. Ich merke, ich muss es doch mehr als einmal gucken über die Zeitspanne von zweieinhalb beziehungsweise drei Jahren. Naja, und es ist ja immer noch ein halber Binge. Dadurch bleibt auch nicht immer so viel hängen. Aber also, was ich eigentlich ausdrücken wollte, ist, dass das wahnsinnig witzig war, wie sie dann da auch stehen und über ihre Probleme reden. Und dann die Oma, die da liegt, die dann ihre gelben Augen plötzlich hat. Und er so, ja, okay, wir hatten doch recht, gut, wie immerhin. Und dann kommt das Intro. Und als ich dann das Intro gesehen habe, dachte ich so, warte mal, das war es jetzt. Also war lustig, aber, ah ja, okay, Intro. Alles klar, gut, los geht's. Ich mochte das. Das war so schön aus dem Nichts irgendwie. Irgendwie alles schön an der Folge. Hat Spaß gemacht, ja. Genug geheadbankt, wir sind dann in der nächsten Szene in der Schule. Buffy ist bereit für ihr erstes Opfer beziehungsweise Kind mit Problemen. Und während sie sich die Zeit mit Stiftespitzen vertreibt, taucht Amanda auf. Und jetzt werde ich dich ein bisschen langweilen, denn ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Amanda wird gespielt von Sarah Hagen. Ist irgendwie ein bekanntes Gesicht, aber so wirklich keine krassen Rollen gehabt. Sie hatte immer nur Gastrollen, aber das Gesicht ist irgendwie hängen geblieben. Bei mir jedenfalls. Amanda wurde von ihrem Lehrer zu Buffy geschickt, weil sie von einem Mitschüler gemobbt wird. Mir kommt die nicht bekannt vor. Okay. Habe gerade überlegt, aber nee. Dann werden mir die Beispiele wahrscheinlich auch nichts bringen. Aber ja. Ich habe alles durchgeguckt, da war auch nichts Wildes dabei. Dann taucht Thomas auf. Thomas wird gespielt von Rick Gonzalez. Den kenne ich. Genau, das ist schon noch ein bekanntes Gesicht. Der hat bei Arrow hat er mitgespielt, viele Staffeln. Der hat bei Reaper mitgespielt. Das ist eine Serie, die ich sehr mochte, die leider viel zu schnell abgesetzt wurde. Und hat ansonsten auch viele, viele Nebenrollen gehabt. Den habe ich direkt erkannt. Ich war erst so, warte mal, wie ist das? Er ist ganz schön jung. Aber ich meine, die Serie ist auch schon ein bisschen länger. Ist es bestimmt. Ist ganz witzig. Das Gesicht hat sich irgendwie eingeprägt. Dann taucht Peter auf. Peter wird von Zachary Ty Bryan gespielt, der Buffy nur verarschen will, beziehungsweise war ihm langweilig und er wollte sich vor Bio drücken. Zachary Ty Bryan, ich weiß nicht, ob das ... Also, der spielt halt immer diesen ... Kenne ich den? Der spielt halt immer diesen Bulli. Immer diesen Teenage-Highschool-Bulli. Der hat bei Fast and Furious Tokyo Drift hat er diesen Bulli gespielt. Hör mal, Werder Hammert, da hat er auch mitgespielt. Dann kenn ich den, das ist Hör mal, Werder Hammert. Carry 2, die Rache, da spielt er auch irgendeinen Bulli-Typen. Witzigerweise, die Serie habe ich noch nicht geguckt, aber die klingt interessant, spielt er jetzt in der Netflix-Serie The Guardians of Justice mit. Kenne ich auch nicht, also noch nicht, aber ... Irgendeine Parodie ist das mal wieder auf Superhelden-Filme. Oder Superhelden-Serien. Ah, ja. War der bei Hör mal, Werder Hammert einer von den Brüdern? Der spielt einen Brad Taylor. Ja, das ist, glaube ich, der älteste Bruder. Ach, siehst du, daher kenne ich das Gesicht. Okay. Ich kenne den aus, hör mal, Werder Hammert. Das ist auch voll cringe, ey. Ja, das habe ich nie groß gesehen. Ich kenne nur so einzelne Ausschnitte. Doch, das lief immer mal auf dem Fernseher früher. Auf dem Fernseher drauf. Verstehst du? So. Ja. Das meiste bekommen ... Also, Ty kommt ... Also, Peter kommt ja später noch mal vor. Aber das meiste bekommen wir erst mal von Amandas Problem mit diesem Jungen, dem sie darauf auf dem Parkplatz aufgelaut hat und ihm eine vom tiefsten Will Smith geschallert hat. Ey, wie sich die Geschichte dreht, ne? Du denkst ja so das Klischee, ähm, ähm, graue Mäuschen, was ich nicht wert. Und Buffy denkt es ja auch und gibt dir so Ratschläge und dann erzählt die halt, wie die dem voll eine geschallert hat und du denkst dir, yo, okay. Zwei Stufen zu viel, Emel. Das fand ich echt witzig, muss ich leider sagen. Was dann auch der Grund war, warum sie zu Buffy geschickt wurde. Und Buffys Mine, Buffys Mine spricht halt Bänder, ne? Was sage ich den Kids nur, damit ich ihnen helfen kann, ne? Ich denke, solche oder ähnliche Situationen kennen Leute aus dem sozialen Bereich. Mhm. Wir schneiden danach in den Park. Willow und Zander gehen spazieren und sind sich sicher, dass Buffy einen guten Job erledigt. Willow wiederholt im Grunde nur nochmal Zanders Satz von vor zwei Folgen. Die Kinder können froh sein, Buffy zu haben. Mhm. Man unterhält sich über das Trinkspiel der Staffel, kommt aus der Tiefe, dich zu verschlingen. Und das Standardstatement der Staffel, es wird richtig böse hergehen. Was auch immer man damit anfangen soll, ne? Ich nehme das einfach mal so hin. Ich, es ist alles, also, vielleicht bin ich auch schon wieder zu dumm und raff's nur nicht. Aber ich, also, an dem Punkt, ja. Also hier wird ja, es wird, genau, es wird ja ordentlich was aufgebaut. Da muss ja was richtig Krasses kommen, ne? Mhm. Hm, also auch diese Hinweise zum Höllenschlund und so. Ja. Und, I don't know. Also, aktuell kann ich die Fäden noch nicht zusammenziehen. Kannst du eine Einschätzung geben, ob ich das an dem Punkt schon könnte? Nee, kannst du nicht. Oder noch nicht? Nee, kannst du nicht. Okay, weil ich bei sowas immer sehr unsicher bin. Ich hab das Gefühl, ich bin manchmal zu dumm für sowas. Irgendwas richtig krass apokalyptisch Böses, wo sogar die Großen Angst vorhaben. Ja. Tja. Okay. So, aber zurück zu unseren Charakteren. Willow öffnet sich ihrem Freund, äußert ihre Angst, ihre Macht nicht hilfreich einsetzen zu können, ne, wenn's drauf ankommt. Sender kann tatsächlich, kann tatsächlich, tatsächlich mit einer Zimmermannsanalogie helfen. Das fand ich ganz cool. Ja, die war, da sagt sie ja auch hinterher so, das war gar nicht mal so, das war clever. Gute Anmerkung, wo du dir so denkst, okay, ist er jetzt. Genau, als er anfing zu reden, denkst du dir, hä, aber dann, ja. Nee, ich fand das gut. Ich war voll bei ihm. Ich hab ihn unterstützt mental. Ich dachte, das kriegt er jetzt gut hin. Ja, Sender. Ja, ja, ja. Ja, es ergibt Sinn. Gut, weiter, weiter. Es ist ein langer Spaziergang und gegen Ende erkennt man immer mehr Statuen, und ein Mausoleum hinter dem Grund. Wir erkennen also, dass sie auf einem Friedhof sind. Naja, und wen würde Willow wohl besuchen wollen? Sie geht ans Grab, legt ein paar Steine auf dem Grabstein und spricht mit Terra. Das war traurig. Was ihr sichtlich schwerfällt, genau, und unabhängig von dem, was wir gesehen haben, hatte sie ja noch keine Zeit, oder abhängig von dem, was wir gesehen haben, hatte sie ja noch keine Zeit, sich anständig von ihr zu verabschieden. Ja. Und das holt sie jetzt nach. Ach, die Einstellung ist nur, es ist nur relativ kurz, aber Hannigan schafft es halt wieder, alles rüberzubringen. Ach, mehr braucht es auch gar nicht, finde ich. Also so eine schmalzige Rede hätte ich jetzt eher, weiß nicht, ein bisschen too much gefunden. Das stimmt. Ich fand das eigentlich ganz schön gemacht, mit den Steinchen, die sie da hinlegt. Und auch, es war auch schön vorbereitet, im Sinne von, dass halt vorher, dass man die zwei besten Freunde miteinander sprechen hört, dass die nochmal, also zum einen, die aktuelle Situation natürlich durchgehen, aber, also, dass man nicht gleich so reingeworfen wird in die Szene, sondern dass man so ein bisschen, so wie sie auch den Weg dorthin geht, gehen wir auch so ein bisschen mit ihr mit. und dann erst betritt sie den Friedhof und geht zum Grab. Das fand ich schön gemacht, weil man hätte ja auch direkt reinschneiden können, als sie einfach nur hinläuft und zu Tara sozusagen spricht. Das wäre ja auch gegangen. Ich meine, da hätte sie halt den, den mysteriösen Talk über was auch immer da jetzt kommt verpasst, aber, also wirklich was dazugelernt, habe ich jetzt nicht. Deswegen fand ich das schön, dass das nicht rausgeschrieben wurde, sondern dass man so ein bisschen seelische Vorbereitung hatte darauf. Fand ich nett gemacht. Ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber ja. Ist auf jeden Fall gut geschrieben. Für alle, die es nicht wussten, ich wusste es vorher auch nicht, dass Steine aufs Grab zu legen, ist eine jüdische Tradition. Ah, siehst du, das hätte ich noch gefragt, weil das wusste ich auch nicht. Schön, dass sie sowas so, so mit einbauen, weil das ist auch immer so, das ist auch manchmal so eine Sache, wenn, wo ich manchmal das Gefühl habe, man macht Leute, was weiß ich, dann sind es Muslime oder Juden oder whatever, die sagen das, aber die leben das nicht aus. Und dann hast du praktisch so eine Box abgehakt, von wegen, wir haben einen jüdischen Charakter beispielsweise, aber der praktiziert das nicht. Und das ist dann so ein bisschen geheuchelt. Und das finde ich an der Stelle bei Buffy schön gemacht, weil es ist halt, sie sagt jetzt nicht, ich lege diese Steine jetzt dahin, weil das ist ein jüdischer. Braucht das ja auch wieder falsch, weil so, also das sagt dir ja kein Jude, sondern der macht es einfach. Und das finde ich cool, dass es da eingebaut ist, weil das wusste ich nicht, aber wenn man es weiß, weil man vielleicht selbst ein Jude ist, dann erkennt man es wieder und freut sich über die Repräsentation. Finde ich schön, dass das so gehandelt wird, so ganz normal. Weil es ist ja auch was ganz Normales, aber viele Serien, finde ich, machen das irgendwie merkwürdig. Okay. Da ist so der Fokus so sehr drauf. Und du denkst dir, das würde im echten Leben nicht so passieren, dass man dir das ständig erklärt. Weißt du wie? Ja. Deswegen, das finde ich cool. Schön. Gut gemacht. Schön. Genau, wir sind dann in der Schule danach. Thomas öffnet sich, er fürchtet sich um das Leben seines Bruders, der davor ist, der Armee beizutreten. Er hat aber auch Angst, das seinem Bruder zu sagen, weil die wohl eine recht toxisch-männliche Beziehung da unterwegs haben. Und sie sprechen halt nicht über ihre Ängste und Gefühle. Ja. Tja. Das ist häufig das Problem. Genau, habt ihr jetzt davon. Der Bruder geht zur Armee und du hast Angst. Und dann wird da nie drüber geredet werden. Das fast darf ich nicht aufmachen. Von wegen über sowas nicht reden und dann gehen Dinge dadurch kaputt. Toxische Männlichkeit. So. Und dann sehen wir noch Josh. Ja. Josh wird gespielt von Kevin Christie. Und der ist für mich auch so ein bekanntes Serien-Gesicht. Oder neben Darsteller-Innen-Gesicht. Neben Darsteller-Gesicht. Und also, aber dann habe ich gar nicht so viel mit dem gesehen. Ich habe 24 nicht gesehen, auch nicht 24 Legacy. Ich habe Masters of Sex nicht gesehen. Ich habe höchstens hier, ey Mann, wo ist mein Auto, habe ich gesehen. Aber er taucht halt immer mal irgendwo auf. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Dr. House hat da eine Nebenrolle gehabt. Das, was du bis jetzt aufgezählt hast, da habe ich alles nicht bewusst geguckt. Bones eine Folge. Heroes eine Folge. How I Met Your Mother eine Folge. Das spielt auch Sven Nummer 1. Ah ja, Sven Nummer 1, gut. Ach, das sagt dir was, ja? Sven Nummer 1. Okay, merke mittendrin, zwei Folgen. Das wäre witzig, oder? Wenn mir Sven Nummer 1 was sagen würde. Das fände ich echt lustig. Ach ja, der Sven Nummer 1, na klar. Und hier, hier, eine wiederkehrende Rolle bei Seven Days. Eine unterschätzte Serie, wie ich finde. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht? Super, super Sci-Fi-Konzept. Sie entwickeln eine Kugel, womit man sieben Tage in die Vergangenheit reisen kann. Cool. Und dann verhindern sie halt immer irgendwelche Anschläge und Attentate und so. Aber er kann halt immer nur genau sieben Tage zurück reisen. Ja, Zeitreisen ist sowieso geiles Thema. Ja. You have my attention. Nee, wie heißt es hier? Interest. Ach du weißt. Madman eine Folge, sehe ich gerade. Ja, kein Plan, Mann. Geh nicht den Typen. Ja, okay, bitte weiter. So, und dieser Josh, ne? Ja. Er gibt an, er habe Angst, homosexuell zu sein. Nur, um bei Buffy zu landen. Also er sagt ja, ne? Ich bin homosexuell, vielleicht könnten wir ja miteinander ausgehen, um mal zu testen, ob ich überhaupt schwul bin. Was ich nicht nur respektlos und anmaßend ihr gegenüber finde, sondern auch ganz schön respektlos gegenüber Menschen, die wirklich damit hadern, sich zu outen. Und dann grinst er noch so dumm, ne? Ja, furchtbar. Ich würde ihn direkt vier Wochen nachsitzen lassen. Direkt schlagen. Nein, okay. Okay, und du willst gleich wieder Gewalt anwenden? Wir schicken Amanda. Amanda soll ihm auf den Parkplatz auflauern und nochmal schöne Schelle geben. Ja, die, die hat bestimmt auch was gegen den aus irgendeinem Grund. Oh Mann. Oh, sorry, ne. Schlagt euch bitte nicht. Bitte. Richard, ein Richard Josh. So, aber dann. Dann kommt mein Lieblingsgespräch. Die Schülerin muss sich mal ordentlich über ihre Schwester auslassen. Und Buffy hört zu und geht auf Dorn ein. Und ich muss jedes Mal so sehr schmunzeln. Das war toll. Und das unterstreicht nur wieder, was ich letzte Woche gesagt habe. Dorn kriegt ein paar richtig gute Szenen. Auftritte und Sprüche. Das ist echt super. Ja. Aber das hat sie auch gebraucht, finde ich. Also die Figur hat das gebraucht, weil viel Negativität, also ich meine, hier ist auch viel Scheiße passiert einfach, kann man auch jetzt nicht anders sagen. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt ein bisschen richtiger, lockerer gezeigt wird, dass sie halt auch so sein kann. Und wenn jetzt gerade sich das große Böse erst aufbaut, dann kann sie ja noch ein paar lustige Sprüche reißen, bis es dann wieder alles im Bach runter geht, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber schon ultra witzig. Voll. Fand ich sehr witzig. Ja, und sie klaut auch immer meine Klamotten. Ah ja, das macht sie. Wie fühlst du dich dann? Wundervoll. Super witzig. So, und dann am Ende sitzt noch Cassie da, gespielt von Azura Sky, Azura ist der Vorname, Sky der Nachname, Sky is the Limit. Ja, also die hat bei Riverdale mitgespielt, da habe ich gedacht, da kennst du sie her. Bei der habe ich echt überlegt, woher ich die kenne. Die hat sogar drei Jahre bei Riverdale mitgespielt, sie hat Dala Dickinson gespielt. Ja, und dann habe ich geguckt, also ich habe dann mal nachgeforscht, ganz vorsichtig, und ich kann mich halt absolut null an diese Frau in Riverdale, also in Riverdale kann ich mich egal, weil Riverdale ist ja auch einfach, also ich gucke das ja nicht bewusst, ich lasse es nebenbei laufen, wenn ich putze oder so. Deswegen, I don't know, kennt man die noch von woanders her? Na, sie spielt, sie hat jetzt in der Neuauflage von Charmed Hats, wo wir zwei Folgen mitspielen dürfen, Gingerbread, ah, da muss ich an, The Muffin Man, keep The Muffin Man's name out of your fucking mouth, nee, Working the Angels, keine Ahnung, was das bedeuten soll, American Dead, ein bisschen synchronisiert, Star Wars hat sie viel beim Videospiel gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kenne die irgendwoher, aber ob das, ich glaube nicht, dass das super Ding ist, hat sie immer mal mitgespielt. American Horror Story, Staffel 1, ah, gleich da, ja. Hab ich über, hab ich über, naja, auf jeden Fall ist auch so ein Gesicht, was mir immer mal wieder unterkommt. Ja, ja, bei der hatte ich auch das Gefühl, ich kenne das Gesicht irgendwie. Also Cassie sitzt Buffy gegenüber, ne, sie wirkt zwar freundlich und aufgeschlossen, hat aber auch immer so eine traurige Note bei allem, worüber sie sich unterhalten und sie eröffnet Buffy, dass sie kommenden Freitag sterben wird und Buffy geht natürlich sofort von suizidalen Gedanken aus und das verneint Cassie aber glaubhaft. Sie versucht das Thema abzuschütteln, weil sie wahrscheinlich bereut ist, angesprochen zu haben, aber es muss sie ja raus, ne, sonst hätte sie es ja nicht gesagt. Sie wisse es einfach nicht, was passiert, nicht, dass sie, also auch nicht, dass sie jemand irgendwie bedrohe, ne, sie scheint einfach, scheint einfach, so habe sie eine Vision davon gehabt. Irgendwie sind noch Münzen, sagt sie, Münzen spielen noch irgendwie eine Rolle. Und Buffy will darüber intensiver reden, aber Cassie flieht aus der Situation, aber nicht ohne sie wegen ihres weißen Oberteils zu warnen. Pflichtbewusst und besorgt geht sie zu Robin Wood, um zu besprechen, wie sie weiter vorgehen und der nimmt das überhaupt nicht ernst. Also da habe ich auch gedacht, Junge, du bist Schulleiter. Und er meint so, Kids, sagen halt düstere Dinge, das war's, ne. Also. Schwierige Sache, schwierig. Da kommt noch einer mit einer dummen Bulli-Geschichte aus seiner Kindheit, weißt du, kommt er noch drum. Also das war, das war wirklich schwierig, ne. Das hatte für mich, hat er für mich auch so ganz hier mit den, mit den 13 Tapes, diese Serie. Ja, ja, ja. Tote Mädchen lügen nicht, das hatte so ganz, ganz krasse Vibes. Also, ah, da habe ich, also bei der Szene bin ich gedanklich auch ein bisschen hängen geblieben, weil ich so drüber nachgedacht habe noch, weil ich dachte, uff, also es gibt definitiv Menschen, die so denken, die dann auch immer dieses, immer dieses Argument nehmen von wegen, naja, Teenager, die Hormone, die, die denken, also die, die fühlen halt intensiver. Was nicht falsch ist, aber nimm die doch bitte trotzdem ernst und tu das nicht so ab, weil du machst sie damit ja nur noch mehr kaputt, wenn sie wirklich schlimme Probleme haben und so. Ah, das war, uh, uh, schwierig. Das war nicht die gewünschte Reaktion, die man sich von einem Schulleiter erhofft. Ei, ei, ei. Ich finde es nochmal schön, wie Buffy denkt, dass er von seiner Hood spricht, weil er schwarz ist, muss er aus ärmlichen Verhältnissen kommen und er sagt, er kommt aus Beverly Hills. Junge, ey, das war von Buffy auch nicht so geil, ne? Ne. Also, Junge, Junge, Junge. Ähm, Buffy, also, ne, also diesen Gag mochte ich irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall auf Kosten von Buffy, ne, also der Gag ist ja auf Kosten von Buffy. Ja, ja, ja. Und Buffy kann aber nicht einfach zusehen, ne, normalerweise ist ja ein paar Schritte voraus, bevor jemand stirbt, meint sie. Äh, normalerweise, Buffy, was meinst du damit? Mhm. Äh, sie redet sich dann in Rage und will aktiv werden und stößt dabei an die Tischkante und verschwindet ihren Kaffee auf ihr weißes Obertail. Tja. Und da wird sie natürlich misstrauisch. Moment. Und beschließt einen Plan, ne, Dawn soll sich an Cassie ranhängen. Diese sitzt mit ihrem Buddy in der Friendzone und in der Bibliothek und sie witzeln rum. Bevor sie ihm absagen kann, dass sie ihn nicht zum Schulball begleitet, platzt Dawn dankenswerterweise in die Unterhaltung. Mhm. Mike, wie er heißt, verzieht sich, was Dawn die Chance gibt, sich intensiver mit ihr zu unterhalten. Mhm. Sie lernen sich kennen. Cassie checkt schnell, dass Dawn Buffys Schwester ist. Schön, wie das immer hier rumgedreht wird, ne? Du bist ja Buffys Schwester. Ja, Buffy ist meine Schwester. Ja, wie sie da auch Wert drauf legt. Aber das ist halt wahrscheinlich auch so ein Teenie-Ding, ne? Oder generell, nicht mal unbedingt Teenie. Generell möchte man ja als eigenständige Person wahrgenommen werden. Und nicht die Schwester von, ja. Und für Cassie scheint das auch kein größeres Problem zu sein. Ja. Dawn fragt danach, fragt wegen Mike, ob sie zum Ball gehen. Aber Cassie meint, dass sie da sowieso nicht da sein wird. Wir schneiden in Samos. Ja? Ganz kurz dazu noch. Ich finde es cool, dass Buffy das jetzt auch, also dass sie ihr Wort hält und Dawn einbezieht und sagt, los, befreunde dich mit ihr. Oder krieg was aus ihr raus. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die beste Variante so zu tun, als ob man mit jemandem befreundet sein will, ne? Das mal außen vor. Aber ich finde es cool, dass Buffy sagt, los, du bist Teil der Investigation. Ja. Du bist auch eine Schülerin. Vielleicht bekommst du ja was aus ihr raus, was ich nicht rausbekomme aus ihr, weil ich vielleicht halt kein Schüler mehr bin. Ist eine Win-Win-Situation. Dawn fühlt sich der Gruppe zugehörig und Buffy kriegt Informationen. Ja. So, wir sind dann im Sommershaus am Abend. Willow hackt sich in die Dateien der Schule. Klassiker. Natürlich. Cassis Akte ist weitgehend unauffällig. Normale Noten, keine Fehlstunden, aber Anzeichen von Depressionen sind vermerkt. Und man spricht es dann aus. Möglicherweise hat sie hellseherische Fähigkeiten. Sie wollen also intensiver ermitteln. Die Krankenakte wird hinzugezogen, welche von ihrem Arzt oder Ärztin bereitwillig an Buffy gesendet wurde. Mhm. In Datenschutz-Deutschland undenkbar. Mhm. Aber man findet außer Infektionen nichts Bedeutendes. Willow kommt auf den glorreichen Gedanken, Cassie zu googeln. Und da merkt man, wie frisch Google damals noch war. Da konnte man noch so einen Witz mitmachen, so wie, Mensch, Willow, sie ist doch erst 17. Mhm. Mhm. Von, von Sender natürlich. Mhm. Oh Gott, wie furchtbar. Oder das ist es halt grob 20 Jahre, was aus dem Internet geworden ist. Für einen Haufen Scheiße, Mann. So, Willow findet Cassies Homepage. Also kreativ ist Cassie, ja. Das muss man eh lassen, ne? Also mit MySpace hättest du das nicht hinbekommen, was man da auf dieser Seite alles sieht. Also diese ganzen Layer da und wie das hin und her schwingt und so. Also das für 2000 anfangen ist schon krass. Das stimmt. Ich hab das auch, also ich war, also hätte auch ich sein können zumindest, was dieses Websites-Basteln betrifft. Also da war ich, in der Zeit war ich glaube ich noch bis zu klein, aber, ähm, ich mein, ich mein, hab ich auch ausprobiert. Und wenn du, wenn du überlegst, heute ist es noch einfacher, Webseiten zu bauen. Da gibt's ja nicht richtige Software. Ich kann mich hinsetzen, ich will das dorthin, das dorthin und dann macht das das Programm für mich einfach. Und trotzdem gibt's noch einen Haufen SchwurblerInnen da draußen, die ihre Seite komplett schwarz machen, grüne Schrift drauf, mit einem Haufen Rechtschreibfehler drin und dann meinen, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Ja, also das ist irgendwie, das ist, das sieht alles gleich aus, witziger. Ja, also du erkennst es schon, wenn du ein bisschen dich im Internet auskennst, wenn du da öfter mal unterwegs bist, dann erkennst du gewisse Muster. Ja. Und das find ich nach wie vor sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, also ich mein, ich arbeite ja auch in einer Agentur, die halt Websites baut und, äh, da krieg ich das halt noch ein bisschen bewusster mit. Und zum Beispiel, jeder Handwerker hat gefühlt die gleiche Website oder jeder Arzt hat gefühlt die gleiche Website. Weil, die sehen alle nicht gut aus. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich so nach, wenn ich so nach ÄrztInnen gucke, äh, in der Stadt, dann denke ich mir auch, Leute, macht doch mal, also ihr habt ja auch Kohle. Dann, dann investiert doch mal in eine gute Website, die übersichtlich ist. Also die Website jetzt, ne, ich hoffe, der hört das nie, aber die Website meines Hausarztes ist richtig unübersichtlich und richtig hässlich. Schick den doch mal zu uns. Ja. Also bei meinem Zahnarzt ist das auch so, da, da, wenn ich, ich vergesse halt jedes Mal, wann die Praxis offen hat und gehe dann auf die Website und denke mir jetzt mal so, oh mein Gott. Wie kann ich, wie kann ich, kann ich den ansprechen und kann den fragen, ey, wie ist, weil das ist ja dann auch so eine Berufskrankheit danach zu gucken, ne. Weil ich gucke da ja noch viel bewusster drauf als du und ich erkenne ja auch so die Probleme dieser alten Websites. Die sind auch nicht sicher, also wenn da irgendeiner mal reinhackt, dann, dann hast du halt auch alle möglichen Daten, du kommst auf die Rechner und so, das, das bedenken die Leute ja immer nicht, dass da mehr dran hängt als nur so ein, so ein, ah, furchtbar. Ja, leider. Zurück zum Thema. Ich möchte, ich möchte noch sagen, ich war schon, war schon 20 Mal auf dieser Website, ich muss jedes Mal überlegen, wo ich die Öffnungszeiten finde, die Sprechzeiten. Mhm. Das ist krass. Mhm. So, Cassie. Aber ja, man erkennt das, welche Ecke man im Internet ansteuert. Cassie, wie wir sagten, hat also eine unglaublich unübersichtliche, vollgeladene Website, die düstere Einblicke gewährt. Sie lesen dann eins ihrer Gedichte, Tod ist quasi ihr ständiger Begleiter oder wie Sender meint ihr Liebhaber. Mhm. Das erinnert mich so ein wenig, also das jetzt nur, ne, erinnert mich so ein wenig an Emily Dickinson oder jedenfalls ihre Darstellung in dieser gleichnamigen Serie, die relativ neu ist. Mhm. Wo sie sich halt auch zum Tod hingezogen fühlen. Ähm, Dawn. Das ist halt auch so eine Sache, gell, das muss ja, also, boah, jetzt geht's in die philosophische Ecke, aber nur weil Leute sich da zu hingezogen fühlen, heißt das ja nicht, oder sich damit gerne beschäftigen, heißt das ja nicht, dass sie nicht umbringen wollen, ne. Das ist ja auch immer so eine Sache. Es ist auch, vielleicht ist es einfach ein faszinierendes, ähm, wie nenne ich's denn? Thema? Ja, womit man sich halt befassen möchte, so, also, voll schwer, ne, das ist gar nicht mal so easy, da drüber, finde ich, gar nicht mal so easy, da drüber zu reden. Ja, weil wir von der Gesellschaft so ein bisschen aufgedrückt bekommen haben, dass wir über unsere eigene Sterblichkeit nicht so viel reden und nachdenken wollen. Also, ich meine, das ist natürlich kein schönes Thema, aber, also, man kommt ja nicht drumherum. Nee. So, also. Also, kleiner Spoiler, früher oder später, wird's uns alle beschäftigen. Es gibt wenige Dinge, die wir alle müssen, ne, aber das ist einer, eins davon, so, deswegen. Aber es wird trotzdem extrem lange aufgeschoben. Naja, und manche Teenager, die machen sich halt auch Gedanken über den Tod, so wie jetzt Cassie. Und Dawn, die auch Teenagerin ist, hat da etwas mehr Verständnis. Und, äh, dann erfahren wir auch, dass Willow selbst mal eins oder zwei Gedichte online gestellt hat. Den Moment finde ich ja schon noch ein bisschen süß, ne. Sender fragt so, liebes, liebes Gedichte. Und Willow guckt ihn an, so, ich bin über dich hinweg, mein Süßer. Und Sender, liebes Gedichte. Auf Englisch sagt sie das auch so schön, von wegen, äh, I'm, I'm over you, honey. Oder irgendwie sowas. Das ist wundervoll. Aber Sender ist trotzdem so stolz auf sich, das ist auch irgendwie putzig, dass er sich so freut darüber. So, hey, es gab mal einen Moment, da war die voll in mich verliebt. Auch wenn das heute nicht mehr so ist. Aber es war mal so, ja. Die mächtigste Hexe der Hemisphäre. Ist schon irgendwie putzig. Alles in allem scheint es also recht normal zu sein, was Cassie macht. Sie finden dann über den Vater heraus, dass er in der Vergangenheit unter Alkoholeinfluss gewalttätig war. Während Dorn meint, der ewig zurückgewiesene Kumpel Mike könnte eine Spur sein, geht Buffy erst mal dem Vater nach. Und Buffy und Sender tauchen noch am selben Abend beim Vater auf. Der Vater wird übrigens von Glenn Morshauer gespielt. Und wie üblich, für mich, unglaublich bekanntes Nebenrollengesicht, welches ich hundertprozentig nicht zuordnen kann. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich auch bei dem überlegt, warte mal, aber ich habe auch keinen Plan. Genau, und dabei bleibt es auch. Der Ladebalken hört nicht auf. Ich würde gerne noch anmerken, dass Willow, wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, also nochmal kurz zurück, da war es jetzt etwas schnell, dass sie auch was von Fanfiction erzählt hat. Da hat sie nichts von gesagt, aber man darf uns gerne korrigieren, vielleicht sagt sie ja Fanfic. Hat sie nicht Fanfic gesagt, aber ich kann mich auch irren, weil sie auch sehr viel gesagt hat in dem Moment. Vielleicht auch einfach Wunschdenken. Ja, Wunschdenken, also wenn, dann nehmt mir den Wunsch nicht, sondern spielt rein in meine Fantasie. Nein, aber ich dachte, sie hätte das gesagt. I don't know. So, sie finden den Vater angetrunken vor. Buffy spricht direkt aus. Sprickt direkt aus. Dass er im betrunkenen Zustand Cassie etwas antun könnte. Also ich habe großen Respekt vor ihrer Direktheit. Die Worte sind vielleicht nicht gut gewählt, aber was willst du da auch verschönen? Also was willst du auch schön reden? Ja. Es geht natürlich nach hinten los, beziehungsweise ist er so aufgebracht, dass er sie des Hauses verweist. Er scheint zwar Alkoholiker zu sein, aber seiner Tochter würde wohl nichts antun. Außerdem würde sie kommendes Wochenende, also dem Freitag, von dem wir reden, sie eh nicht sehen. Also letzten Endes war das einfach ein riesen Fettnäpfchen, dass sie da getreten sind. Ich habe ihm geglaubt, ja. Man glaubt ihm, genau. So aufgebracht, wie er war. Das ist einfach ein gebrochener, kranker Mann. Ja. Und wie er dann auch über die Ex-Frau redet und so, das fand ich auch gut gespielt. Ja. Das hat man ihm abgekauft. Macht ja Buffy dann auch. Und jetzt stell dir mal vor, der ruft in der Schule an und beschwert sich über die Mitarbeiter. Buffy hat den Job auch ganz schnell los. War jetzt nicht der smootheste Weg, um an diese Information zu kommen. Nee. Aber aus Buffy Sicht, es geht ums Leben eines Kindes, genau. Ja, die Zeit dringend. Als sie das Haus verlassen, wartet Cassie draußen und beteuert, dass nicht ihr Vater für ihren Tod verantwortlich sein wird. Einen Suizid streitet sie weiterhin glaubwürdig ab. Es sei einfach nicht zu verhindern. Sie hält dann so einen relativ emotionalen Vortrag. Sie wolle leben und aufwachsen und alle tollen Dinge erleben, die man so erleben kann. Cassie liebt übrigens Eislaufen, das finde ich auch schön, so wie Buffy. Und ihre Ansprache ist halt herzerweichend. Das erinnert auch ein bisschen an die Ansprache, die Buffy halten musste. Oder die Buffy gehalten hat am Ende der ersten Staffel, als sie feststellen musste, sie muss sterben. Da hat sie auch gesagt, ich will das eigentlich gar nicht und ich möchte eigentlich einfach nur ein normales Leben führen. Das ist sehr ähnlich. Letzte Staffel. Das stimmt. Aber es liegt nicht in der Natur der Jägerin, Dinge einfach geschehen zu lassen. Sie muss es also verhindern, komme was wolle. Wir bekommen dann so einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn wir sehen in der Bibo der Schule ein paar Schüler in roten Roben, um ein Pentagramm versammelt, Cassies Fotos verbrennen. Und als geneigte ZuschauerInnen denkt man natürlich, ah okay, das ist es jetzt. Ja, natürlich. So, wir schneiden dann in die Schule, wie ich die alten IMAX-Designs, also die mag ich, dieser kleine Halbball da unten und da kommt der Bildschirm da oben raus. Das war schon ganz cool. So, Wood erkundigt sich nach Buffys Befinden, sie hängt immer noch auf Cassies Seite rum. Ein weiteres Gedicht von Cassie wird erst von Selmische Geller, dann von Cassie selbst vorgetragen, während in einer Montage Dornenzeit mit Cassie und Mike auf dem Schulhof verbringt, während die Scoobys weiter daheim hängen und recherchieren, was sie tun können. Mittlerweile haben sie dann auch private Bilder von Cassie gestohlen. Wir sehen Cassie in ihrem Zimmer mit weiterer Kunst, die ihren Zustand ausdrücken soll und schneiden dann nochmal in den Schulkeller, denn am nächsten Tag sucht Buffy im Keller nach Spike. Und der sitzt apathisch in der Ecke und meint, wenn er nichts tut, auch nicht den Stimmen zuhört, kann er niemanden verletzen. Buffy ist verzweifelt, ja? Okay. Ja, das ist wieder sowas, okay, das höre ich und denke mir erst mal, oh, ich nehme es auf, okay, und mal sehen, ob es nochmal wichtig wird. Okay. Weil, keine Ahnung, kann ja auch sein, der babbelt nur Scheiße. Ja. I don't know. Buffy ist verzweifelt und hofft bei Spike Hilfe zu finden, warum auch immer. Sie meint, es ist Freitag und ihr läuft die Zeit davon. Spike macht aber dicht, es gibt etwas Böses hier unten, unter anderem er. Er ist also keine große Hilfe, er ist nur einsam und verzweifelt. Auf dem Schulflur konfrontiert Buffy dann aber Mike. Er scheint aber gar nicht wütend, dass Cassie ihn nicht begleiten will. Seiner Meinung nach ist es normales Verhalten für Frauen, Männer verrückt zu machen. Natürlich, völlig normal, das machen alle. Ich habe irgendwie keinen Atem mehr, um darüber zu reden. Ich weiß auch nicht, das ist ... Und schön, wie Buffy das einfach belächelt. Als er dann aber meint, er könnte ja Dorn fragen, wird sie etwas energischer, aber dann wird ihr Interesse auf etwas anderes gelingen. Also da kam das Zitat vom Beginn der Folge, ne? Hier, du willst mit meiner Schwester ausgehen und sie ist erst deine zweite Wahl. Was soll die Scheiße? Das fand ich lustig, wie sie so als so ein Nachtrag so, dein scheiß Ernst. Da regt sie sich dann auf. Völlig witzig. Nicht über die Verallgemeinerung von Frauen. So, aber dann wird sie von etwas anderem abgelenkt. Denn Wood bricht anscheinend mal aus Spaß an der Freude Spinte auf. Und dabei springt eine Münzensammlung mit recht unüblichen Münzen aus dem einen Schrank. Wir erinnern uns an Cassies Worte. Sie sprach, irgendwelche Münzen kommen vor in meiner Vision. Und Buffy holt sich den Besitzer von Spint 281 zu sich und sie kommt gleich zur Sache. Was hat es mit dieser Münze auf sich und was hat sie mit Cassie zu tun? Und der Bub drückst erst herum, wird dann aber überzeugt, es gibt eine Gruppe von Jungs, die etwas bezüglich Cassie planen. Apropos Cassie, die Schule ist aus und sie verabschiedet sich von Dorn. Dorn will aber bei ihr bleiben und sie überzeugen, dass Buffy ihr helfen kann. Dorn wird dann von Peter abgelenkt, der wie immer den Bulli gibt. Also, was war es? Ob sie mit ihm auf den Ball gehen will und dann, haha, war nur ein Spaß. Ja, genau. Wow, ultra lustig. Ich habe euch weggekracht, habe ich mich. Das nutzt, die Ablenkung nutzt Cassie aber, von Dorn wegzukommen. Und als Peter wieder abzieht, ist Cassie über alle Berge. An der Stelle, gell, dieses, der Bulli verarscht Dorn, das war ja auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja okay, die brauchen jetzt einen Grund, damit Cassie verschwinden kann. Also, da habe ich auch gedacht, ja, okay, okay. Naja, und wir sollten noch mal erinnert werden, ach, es gibt noch Peter und ach so, ja stimmt, wir mögen den ja nicht. Ja, ja, aber, naja. Also, der musste noch einmal auftauchen, damit wir ihn nachher dann auch als Folgenbösewicht nehmen können. Sonst wäre er einfach einmal zu wenig da gewesen, glaube ich. Okay. Am Abend ist dann die Szene in der Bibel, die roten Roben um Peter wollen einen Dämon beschwören, der sie alle reich machen soll und Cassie soll als Opfer fungieren. Womit nicht alle so grün sind. Bisher dachten manche wohl, das ist nur so ein Streich oder so. Und mit dem Schlachtermesser an Cassies Kehle wird der allmächtige Avilas angerufen. Und niemand hat die ganze Zeit mitbekommen, dass Buffy unter einer da oben steckt. Sind halt, sind halt hormongesteuerte Teenager, was weiß ich. Peter. Da habe ich auch gedacht, die hat ja einen ganz anderen Körperbau. Wobei dann Teenie-Jungs vielleicht auch noch, also, es gibt ja auch schlachsige Jungs und so, aber, hm. Was weiß ich. Reden ja auch mal miteinander. Ist ein witziger Auftritt, wahrscheinlich deswegen. Peter bekommt auf die Nase und die Verachtung von Buffy wird dann zu Boden gebracht. Sie macht sich lustig, dass der Dämon niemals erscheinen wird. Da steht besagter Dämon auch schon hinter ihr. Gehirnt und knöchern wie ein anderer Dämon, den wir aus Angel kennen. Jedenfalls erinnert er mich an ihn. Er sieht nämlich ein bisschen aus wie Skip. Also der mit den Hörnern, der so sympathisch ist, der Dämon ja mit in den Himmel genommen hat. Der hier ist halt nur nicht so redegewandt und nicht so sympathisch. Ich glaube, deshalb habe ich die Parallele nicht gezogen. Aber jetzt, wo du sagst, ja. So, und dann hatte ich einfach mal Lust nachzuschauen, wen Skip spielt. Und Skip wird gespielt von David Denman. Und der ist nämlich der Ex-Verlobte von Pam aus The Office. Ups, Spoiler. Also ein super bekanntes, super bekanntes Gesicht. Der ist es. Ja. So. Kommen wir zurück zur Folge. Während Buffy den Dämon bekämpfen muss, möchte Peter seine Chance nutzen, um Cassie aufzuschlitzen. Spike kommt dann aber auch noch dazu. Der hält dann Peter auf. Trotz Kopfschmerzen, die anscheinend nicht mehr so schlimm sind, setzt er Peter außer Gefecht und befreit Cassie. Also der schlägt ja mehrfach zu, hält dann mal kurz den Kopf und schlägt wieder zu. Ist ja anscheinend nicht mehr so schlimm. Und die Kopfschmerzen werden noch weniger, oder? Oder es wurde dann nur nicht mehr gezeigt oder keine Ahnung. Und da war ich dann auch am Überlegen so, aha, was ist hier im Busch? Was ist hier los? Oder er kann sie einfach dieses Mal gut besser ignorieren. Keine Ahnung. Naja. Dabei prophezeit Cassie Spike noch, sie wird es dir sagen. Eines Tages wird sie es dir sagen. Möchtest du dazu irgendwas sagen? Ja, I love you 100 pro. Weil das kam, also da weiß ich einfach, dass es noch ein Gift da draußen gibt. Und deswegen ziehe ich mal die Parallele. Okay. Aber weiß ich nicht. Das basiert tatsächlich nur auf dem Wissen, dass dieses Gift noch nicht passiert ist. Mehr Grundlage habe ich dafür nicht. Buffy hat mittlerweile den Dämon fachgerecht abgefackelt. Zurück bleiben ein paar verschüchterte Arschlöcher, die nicht reich werden. Als Peter vor Wut und Verzweiflung zur vermeintlichen Leiche des Dämon kriecht, beißt er sich noch ein gutes Stück Peter heraus, bevor er dann explodiert. Wie dum. Und ich habe mir nie die Frage gestellt, warum der dann eigentlich explodiert. Aber dann kam ich drauf, vielleicht ist ihm Peter einfach nicht bekommen, da Peter keine Jungfrau mehr ist. Das ist eine Idee. Vielleicht killt den das einfach. Eine Explosion. Was, der hatte schon mal Sex? Aber auch witzig, dass der da nochmal so einen Happen nimmt. Buffy führt dann Cassie heraus und lässt den armen, blutenden Peter zurück. Auch die Armbrustfalle, die die Jungs gegen ungebetene Gäste installiert haben, kann Cassie auch nicht erwischen. Denn die Jägerin ist ja da. Aber was Cassie dann erwischt, ist ein Herzinfarkt. Denn sie bricht einfach zusammen und ist tot. Niemand konnte das verhindern. Niemand ist schuld. Und... Hm? Ach nee, ich mach's hinterher. Okay. Später sitzen die Scoobys in der Stube des Summers Hauses, betrauern Cassie und mal wieder müssen sie lernen, dass sie nicht allen helfen können. Und wir sind dann nochmal kurz in der Schule. Ein weiterer Tag bricht an und Buffy kann einfach nur weitermachen. Versuchen, die Welt etwas besser zu machen. Ende der Folge. Möchtest du jetzt was sagen oder soll ich erst die Trivias raushauen? Nee, passt noch dazu. Also für mich war es offenkundig, dass es passiert am Ende. Dass das... Also du hast nur drauf gewartet, dass die stirbt und... Ja. Nur eben nicht so, wie die Folge es aufhört. drauf macht, dass es passiert. Das fand ich sehr vorhersehbar. Ist halt auch so ein typisches Ding, ne? Dass man dann eigentlich sich in Sicherheit wiegt und dann passiert halt sowas, was man nicht beeinflusst kann. Das fand ich sehr. Aber auch nur deshalb, weil ich mal wieder auf so einen Schatz an Serien, Filmen, was auch immer, zurückgreifen kann, wo es schon ähnliche Handlungsstränge gab, die ich halt schon gesehen habe. So, weißt du wie? Hm? Wenn ich das jetzt... Wenn das jetzt die erste Serie gewesen wäre, die ich je geguckt hätte, dann wäre ich scandalized gewesen am Ende. So, was ist das passiert mit ihr? Aber dadurch, dass ich schon lange Dinge gucke, dachte ich, naja, komm, wenn es jetzt ein gutes Drehbuch oder ein Drehbuch mit einem Twist oder so ist, dann kommt das am Ende. Deswegen war ich da jetzt nicht überrascht. So. Ja. Okay. Ich mag das tatsächlich. Ich mag die Tragik dahinter einfach. Ja. Ja. Und diese Absolutheit, dass Buffy halt wirklich nicht allen immer helfen kann. Ja. Ja. Also ganz, ähm, abgesehen davon, dass ich mir das gedacht hab, finde ich das Thema dahinter auch wichtig irgendwie für die Serie. Das ist halt, also du kannst so viele Dämonen wie möglich da killen, wenn, wenn das mit dem, mit Cassys Körper halt zu tun hat. Dann kannst du da halt nichts machen als Jägerin. Das ist auch wieder so eine Lehre, ne? Ja. Okay, dann noch ein bisschen Trivia und dann darfst du Punkte vergeben. Angeblich wäre das das erste Mal, dass Google als Verb im TV genannt wurde. Ach, tatsächlich. Also lass uns Cassie googeln, das gab es wohl vorher noch nicht. Hm. Cassie, der Name ist eine Anspielung auf Cassandra oder Cassandra aus der griechischen Mythologie. Sie hatte ebenfalls Visionen. Ach, siehste. Cool. Dann gibt's eine Szene, wo Cassie ein Buch liest. Der Titel ist Slaughterhouse Five. In dem geht es um Aliens, die in die Zukunft sehen können, aber diese nicht beeinflussen können. Naja, witzig. Hier, in der Folge, nennt sich Buffy zum zweiten Mal in der ganzen Serie selbst Buffy the Vampire Slayer. Echt? Das hat sie ja zum ersten Mal gemacht in 3x01N. Und hier hat sie es zum zweiten Mal gemacht. Witzig. Dann könnte man sagen, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, stimmt es Trivia, lese ich jetzt nochmal ganz doof vor, weil ich ja immer meinen Stichpunkten folge, als wären die gesetzt. Cassies Situation ist nicht unähnlich zu der von Buffy in Prophecy Girl, ne? Habe ich schon gesagt. Wo sie erfährt, dass sie sterben muss im Kampf gegen den Meister. Und Cassie ist der zweite Tod in der Serie, der natürliche Ursachen hat. Ja. Ja. So. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass halt Ohnmacht ein großes Thema dieser Folge ist, ne? Also deswegen auch hilflos. Deswegen finde ich auch hilflos besser als Help. Na, wie gesagt. Weil im Grunde alle hilflos sind. Mich stört ja nicht die Übersetzung an sich. Mich stört nur, dass man immer was Neues draus machen muss. Okay. Dann kannst du das mit den Punkten verknüpfen, dann stelle ich dir eine vorletzte Frage. Wie viele lahme Dämonen bekommt die Folge? Also, ne 3 war wieder so ein solides Ding. Thema wieder abgehandelt, was wir noch nicht so konkret, glaube ich, hatten. Diese Machtlosigkeit, die man da manchmal hat. Also, naja, mit Joyce halt irgendwie, aber wieder auf andere Art und Weise, ne? Ich mochte die Schauspielerin von Cassie, also wie die Cassie spielt, mochte ich voll gerne. Weiß nicht warum, aber die hat auch so eine schöne Stimme irgendwie gehabt. Also, die ist so sanft und so ruhig und die weiß halt, dass das passiert und das ist eben so. Und die Leute sollen sich jetzt nicht so darum kümmern, weil man kann es eh nicht ... Die hat das irgendwie so cool rübergebracht. Die sah halt nicht aus wie ein Teenie, fand ich. Also, die ist ja, glaube ich, auch ein paar Jährchen älter, ne? Die sind Mitte 20 oder so, als sie das spielt. Das hatte ich mal kurz nachgeguckt. Aber ich mochte die irgendwie ... Die hat so einen Vibe rübergebracht, den ich sehr passend fand. Weiß nicht warum, aber ... Ne, die war sehr ruhig und besonnen. Aber ich glaube, das liegt doch daran, wenn ich ständig die Zukunft von allem Möglichen vorhersehe und das schon alles weiß, dann ist halt nichts mehr überraschend. Ja, das mag sein, aber ich mochte irgendwie, wie die Schauspielerin das so rübergebracht hat. Ach so, ja. Das war irgendwie cool. Also, weiß nicht, es hatte ... Es war irgendwie ... Weiß nicht, hat mich irgendwie gecatcht, fand ich völlig cool. Okay. Aber, ja, war jetzt ja nix, was großartig die große Rahmenhandlung weitergebracht hat. Also, gibt's nicht so viel drüber zu sagen, oder? Es ist halt schade um sie. Und aus der Tiefe dich zu verschlingen. Und irgendwie auch dieses Klischee, dass es so eine Gruppe mit Umhängen gibt, die irgendwas beschwören. Ja, das ist auch ... Das hat schon so wieder erste zwei Staffeln oder so Vibes. Irgendwelche dummen Schüler denken, sie könnten jetzt hier wieder durch irgendeinen Dämon reich werden und opfern dadurch Jungfrauen. Und meistens dann auch wirklich Frauen. Ja. Das ist halt so wieder das typische Klischee. Ja. Deswegen, ja, hat mich jetzt nicht genervt oder so, aber ist halt mit 3. Werde ich aber, glaube ich, auch wieder vergessen später. So. Ähm, Sandra, wie war Angel 4x04? Ah, ja. Cotea ist wieder da und hat ihr Gedächtnis verloren. Ja. Und alle verhalten sich irgendwie richtig dumm, ne, damit Cotea Angst bekommt. Es ist irgendwie ... Ich bin nicht zufrieden mit der vierten Staffel bis hierhin. Ich bin irgendwie ... Ich weiß auch nicht, dieses Amnesie-Ding habe ich, glaube ich, einfach schon zu oft gesehen. Finde ich nicht so geil. Also, ich mag dieses Trope einfach nicht so. Ja. Finde es so ein bisschen, finde es so ein bisschen cheap, um einfach so, naja, Dingen aus dem Weg zu gehen, habe ich so das Gefühl. Finde ich nicht so geil. Ich finde Wesley immer noch anstrengend. Also, anstrengend, aber weird. Und dieses Cordelia-Connor-Ding. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. War jetzt ein Spoiler-Lachen. Ähm. Ja, ja, ich kann mir schon ... Also, ich bin dann in die App reingegangen und irgendwer hat geschrieben, jetzt beginnt der Cordelia-Connor-Handlungsstrang. Und ich dachte nur so, oh Gott! Es ist ... Es ist ... Genau. Aber Cordelia wirkt schon, als wäre die über 30. Ja. Und ... Also ... Nee, nee. Sowas sollte man einfach nicht in eine Serie schreiben. Sowas finde ich nicht gut. Und dann habe ich nachgeschaut, der Schauspieler ist neun Jahre jünger als Charisma Carpenter. Okay. Also, das würde schon eher hinhauen. Wie alt war der da? Oh, das wollte ich jetzt nicht ausrechnen. Der ist 79 geboren. Und die Folge kam 2002. Also, 22, 23. Ja, gut, dann ist der wenigstens volljährig. Das ... Also, der Schauspieler. Aber also ... Oh, nee. Ich finde sowas ganz furchtbar. Muss das denn sein? Muss das denn sein? Ich ... Naja. Es ist ja nichts passiert, ne? Ja, aber trotzdem, wenn ich schon den Kommentar da lese, da kommt ja nichts Gutes bei rum. Also ... Sehen wir, sehen wir, was da noch passiert. Okay. Ah, ja. Dann, äh, dann beenden wir das für heute wieder. Jawohl. Äh, ich wünsche euch viel Freude mit dem Bingo. Äh, ich will ich was haben. Ah, ja. Mhm. Und, äh ... Ja, ich hoffe, ich auch. Ich wünsche euch ne ... Wünsche euch ne schöne Zeit. Passt auf euch auf. Äh, seid nett zueinander. Macht's gut. Yes. Goodbye. Grrrr. Grrrr. Grrrrrr. Grrrr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017